Oh mein Gott, er will diese Sona-Camp. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu unserem vierten Placement Game. Wieder mit dabei, der Niskel. Oh mein Gott, die hat keine MR. Was ist das für ein Scheiß und kein Leben? Was ist das für eine Sona? Keine Ahnung. Moment, haben die nix Positionen geswappt in der Champions Select? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, unser Yasuo hat mit der K-Tage gespricht, glaube ich. Genau. Aktueller Stand, viertes Spiel. Die ersten drei haben wir allesamt erfolgreich gewonnen. So, gleich mal zeigen, wer Herr Babbo auf der Lane ist. Hast du den Chat gelesen? Egal, aber ein Yasuo soll mal helfen. Ja, sollte ja. Ja, Vega Support kann aber nice sein. Ja, das war okay. Gerade gegen Vayne Sona, das ist so. Let's have fun. Ach, warum hat der so viel MR mitgenommen? Ähm, ich mag so die, äh, was? Ich hab den Lasted nicht bekommen? Also ich freu mich immer so, wenn ich den Gegner in der Mitte anklicke und sehe, oh, keine MR mitgenommen. Gerade so bei Range Champions so 30 MR. Ja, okay, True Damage Time mit Schuhen. Ne, der ist, äh, Flat MR und Scaling, äh, neben. Naja. Flat MR geht noch. Wobei, er ist halt ein Medi-Charakter, er kriegt ja MR mit Level. Ist so ein bisschen nervig. Alter, ich lasse das gerade so mies. Und die Minions verarschen mich. GG. Das ist ein Level-2-Alvern-Gang. GG. Na gut, was will der Alvern sonst machen? Der hat in den Camps wahrscheinlich markiert. Wobei, Alvern ist jetzt durch die Crocs schwächer geworden, hab ich immer gehört. Also? Ja, der kriegt ja die ganze, äh, Bonus-Erfahrung von den Kleinen nicht. Echt nicht? Ne, der kriegt die Erfahrung von dem ersten Camp. Das wusste ich noch nicht. Ist ja richtig mies für den. Ja, eben, also, er hat einen unglaublich hohen Jungle-Krieg-Spear, aber er kriegt die ganze Bursa von mich. Das ist so, was ich gehört hab, sein großes Problem. Dich ja, Alvern. Äh, ich kann dir jetzt nicht unbedingt helfen, da? Ah, shit. Krieg ich nicht. Ja gut, aber... Kannst dein Redbox bieten. Ja, Flash raus und, äh... Ja, also... Der Z hat sich nicht bewegt. Ist also auch safe. Braucht ihr Hilfe? Hm, ne. Also, wenn ich moveen soll, müsst ihr halt schreien, ne? Ja, ja, ja. Obst. Ich glaub, der Z move nicht, alles gut. Dann push ich dir mal weiter in den Tower. Achso, und der Z hat übrigens keine, äh, Aufladung mehr in seinem, in seiner Refining Portion. Achso, ja. Ups. Okay, Alvern in der Mitte. Brauchst du Hilfe? Oh. Achso, das war nicht in Tower-Range. Äh, ja. Überlebe ich das? Ja, also überlebe ich. Äh, Z kein Flash und keine Gneite. Ja, okay, cool. Und Low-Life. Also, ist das toll. Und den Mutual-Alvern. Ja, du dürftest auch nicht mehr so viel Leben haben. Ja, wir können den Z mitzutun. Ich hab Angst, dass ich mich drauf springe und ich sterbe. Ich bin um, ich bin um. Gebebt, gebebt. Ja, ja. Ja, ja, seit der Alvern so viel Erfahrung mit dir bekommen. Müsst du denn aber einiges verloren haben dann. Achtung, da ist jemand. Äh, ich muss halt eigentlich B gehen. Ja, ich kann nicht halten. Ah, was flaschen. Oh. 80 Leben hat der Junge. Ich hab 100, ich kann nichts machen. Ah, ne. Farm ist genau ausgeglichen. Er hat nur XP verloren. Was? Der bleibt. Hast du in der E? Ja, ich versuche jetzt gerade Last zu hitten. Und durch. Aber pass auf. Oh, oh, oh. Jetzt, oh, scheiße, jetzt. Oh, er hat 7-6. Nein, nice. Ah. Genre. Alter, ich verstehe gar nicht, warum ich so viel... Gibt es irgendwie eine neue, äh... Meisterschaft, dass man mehr XP bekommt oder so ein Krab? Also, entweder sie haben die XP-Range der Minions krass verringert oder... Keine Ahnung, ich verpasse irgendwie immer so 3-4 Minions. Ach, was baue ich denn für eine Scheiße? Ich spiele doch gegen Zett. Das ist so, wenn man so AFK in der Base kauft. So ein Standardbild. Hast du die Pflanze? Ja, sehr gut. Ja, so. Den wir in Zams. Äh, lässt du mal ein? Ja. Nice. Okay. Dafür kriegt ihr auch einen Pink-Word. Äh, ich glaube, Zett hat Bot-Side gewordet. Hat den Pink aber noch im Inventar, so nur mit einem Yellow-Word. Ich meine, der ist jetzt schon Level 7. What? Alter. Das ist doch Schaden, Junge. Was? Er hat mir gerade mit seinen Kling-Sheriken einfach 400 Damage gedrückt. Aua. Ja, gut. Ich habe auch falsch gekauft, das gebe ich mir zu. Naja. Ab jetzt hat er keinen Spaß mehr. Wegen geiler Stoffrüstung. Ja, es reicht bald. Du stirbst? Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warte. Das wird wohl ein nicht so geiles Spiel. Na, was? Das ist so, wir haben noch nichts verloren. Oh, Gott, ey. Warum habe ich eigentlich die Sona nicht gekämpft? Keine Ahnung, das ist so groß angekündigt. Ja, dachte ich endlich auch. Ja, dachte ich endlich auch. Aber dann wollte ich Alvan. Okay, okay. Dann wollte ich nochmal viel. Oh, nice. Und du hast sogar einen Blue. Bäm. Ja. Das war alles geplant. Wir müssen erst die Gegner in Sicherheit wiegen. Ja, naja, ich habe halt gegen den Set Geistes-Afka tatsächlich einfach den normalen Bild gekauft. Das war... Oh. Ich bin ein boosteter Set. Alter, mach dir, Junge. Das hat auch noch einen Red Buff. Ja, GG. Wie man eine Lux zum Tilten bringt gegen einen Set. Schritt 1. Gebt ihm einen Red Buff. Geht er zurück, geht er zurück. Der Set ist weg. Wir sind zu dritt. Ja, der Set ist weg. Ist gut, wir sind zu dritt. Ja. Okay, der ist nach oben gegangen. Normalerweise würde ich jetzt gerne drängen, aber ich habe keinen Smite und... Okay, der ist... ...zumiss... ...schwam... ...dung. Äh, okay, ich bin öffnen. Ja. also gefällt es mir auf carry junglern besser release ist ein carry jungler ich bin nur schlecht auf ihr baust du sie nicht tanky? ne man baut ja glaube ich nicht mehr tanky seitdem die mastery weg ist ich habe aber auch echt noch nicht viele alvans gesehen also der ist ja echt pervers wenn man ihn kann naja gucken wir mal ist er auf der set kommt runter wir machen dragon also wirklich contesten können wir das nicht ne ich kann versuchen zu stieren ich habe nur leider keinen erwischen zu spät ok der alvan kommt mit pass auf wir können nicht 2 gegen 2 nehmen ne z ist grad b der kommt also von der lane ich weiß nicht irgendwie habe ich das gefühl bot lane müsste ahead sein aber irgendwie das sollten zumindest ein earlier ahead sein ja ich weiß irgendwie nicht ich habe nicht das gefühl dass was passiert wäre dass die meint gesetzt wird oh gott was machen die denn ja ich kann eigentlich gar nichts machen lassen ja gegen den 6 1 satten wir jetzt auch nicht mal 4 in der mitte ja aber so haben wir nicht zu sterben ja das probiert noch in vorläufig erstmal er hat jetzt seine ulti ist grad raus 12 33 das problem ist ich glaube er kann mich auch locker ohne wo die töten nein ja aber er hat keine energie er wird das nicht aber alvan kommt schön not again bitch ach komm gehen wir den seck mal auf die eier was macht der weiger jetzt in der mitte der seck ist tot ah der seck ist tot nicht seck seck oh wow warte doch auf mich komm ich dachte in alvan an sich kannst du one on one ja ja weiß ich auch ich brauchte nur coolans ach so ok sah so aus aus der seck ist tot ne er sagst oh wow kann ich nicht one on one wenn er das ok warte wir pushen mal die tower nice hast sogar überlebt doppelt klose darf direkt wer b gehen und dann versuche ich mal bot gegen die van zu treffen ja aber der zfraut ein bisschen noch ja solo in 3 zu engagen ist halt dämlich wenn da Lux, Slayer und Weigas dann ist weil der Weiger trifft uns dann sogar ja ich meine dass gerade tot jetzt in den letzten paar minuten ja 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 gut bei dem einen wusste er halt nicht dass du in der nähe bist ne ja gut war trotzdem ultra risky ich meine das wäre ja schon fast gegen dich schief gegangen ja er wollte halt eigentlich nur für den Weiger vorbereiten einfach ja ich hab's irgendwie komm 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 sehr schön naja Drachels ist leider gerade nicht ab und ich verliere jetzt mal mit lane tower aber wir haben die Cade wieder ins Spiel gebracht ja mittels lagdisch ja mittels lagdisch pass auf du bist da oben ja das ja das ich wollte nämlich einfach mal was was hier dran ich spieg ich's ohhhh Kate schieß bitte schieß ja aber die Irelia macht damage die geb ich gerne zu mhm z auch aber auch nur weil die Kate nicht angegriffen hat ja ja sie ist auf jeden Fall gut zurück gekommen ich werde mir gleich den blue abholen wenn ich darf naja äh solange die sich den nicht nehmen ich glaub nicht dass sie sowas alleine kann wenn ihr beiden da näher seid kann also die Kate macht schaden das ist gar nicht mal die hat schon ein Infinity Edge pass auf wer kommt äh ich bin in Ultrechweiter hast du's dann? hm das glaub ich denn ja nicht naja boah ich hätte nicht gedacht dass sie das getrifft ja das reicht mir ich möchte mal anmerken still remain still remain oh spinnen nicht besser ja 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 ich hab halt nur ein bisschen wenig Farben wegen dem Set ansonsten stehe ich gar nicht so schlecht da ich weiß nicht wie die Lies irgendwie oh oh Gott ey hier ist ein Set ja ja ich kann mal ich kann mal wow macht der ein damage na sorry na der hat wohl draus ah ja der steht halt 8-4 ne also ich hab jetzt zwar genug Schaden um ihn zu töten weil der halt null Magie Resistenz hat naja der hat Leben und noch mehr Leben und ja dann das geht schon aber aber wir müssen halt einfach warten bis ihr den nehmen kann ja also im Strip-Dush und im Teamfight haben wir den sowieso bisschen erst mit mir unser großer Vorteil ist eigentlich dass hier grad nichts aus ich meine Z ist er hat der ganze Rest ist so okay ja der Glück haben kriegen wir war das für das Tower? ah ne wir werden mit schon ne? äh Bot hat für das Tower geholt bewegt da auch schon Bot gut ich sie ich muss in der Nähe die Punkt gehen okay gut wenn ihr unten halten könnt kriegen wir wahrscheinlich Top das kann die Reha nicht gegen mich einhalten ja Rett ist hier ähm bei mir so deiner oh shit oh shit äh ja okay warte ich port mich B oh shit soll das nicht ja das ist wunderbar danke ja Z nimmt halt grad die Mitte bisschen auseinander ja ich chase ja ich chase okay wenn er Jaso dafür Top bekommt war das absolut worth ja wir sind da immer noch der Hand okay ich sterbe ich bin auf dem Weg Mitte oder ich bin dabei boah er spielt das aber mechanisch ziemlich gut ja naja es war ein Fail von mir hey der hat mich erknallt ach schade keine Assisten mehr bekommen ne ne es gerade war ein Fail von mir ja das ist so äh Panik zu früh geschüt ja und ich müsste halt eigentlich auf den Sonjas gehen aber ich hasse Sonjas auf jeden Fall halt mal mit nem Magis der dürfte aber nicht so viel Sex haben oder? ja 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 hm äh wir bräuchten halt auf jeden Fall mal den äh Botlane Tier 1 der Räder wird sich jetzt Top holen ja aber ich kann ne ich muss den zweiten Klaue halten glaub ich genau ne ich ziehe auch mit ne ich ziehe auch mit ne ich ziehe mit Bot alle weg wir werden nämlich ok da ist die und die dreißig um Mitte herum ja albern ist da hm wie lange haben wir bis Dracho? genug und die schon zwei? ja die haben schon zwei ja wie war das mit der perfekten Dragon Conju ja 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 hatten halt große Klappe ne jetzt kriegen wir grad die Quittung ja alter wie hat er das denn noch gedodged? was? wie hat er das nicht getroffen? was? 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 ich hab halt kein Match das ist so das Problem ich hab halt kein Match, das ist so das Problem aber halt die Stunde alter die Vayne hat halt gerade mit zwei AP überlebt weil Daisy gespawnt ist und den Schuss abgefangen hat ähhh also auf der Seite ist noch da ja ich bin noch nicht da also achso ich bin in der Base normalen nein wir geben das nicht auf never surrender ja ich weiß aber wieder warum ich aufgehört am Lies zu spielen ähm hast du ein blue? Trinket? nope äh reward die machen barren ok machen sie noch nicht wird das gut damn gold oder so ja boah warum kommt denn noch nicht mal eine Sidestore aha die Sona ohne wie an die geht ähm oh mein Gott just Episode gut ist natürlich auch äh Hitspäin und äh aber triffst du denn oh mein Gott ja ich geh mal top deathen ne ja natürlich geil wenn wir den nächsten Tag anfingen könnten aber ich bin mir ziemlich sicher dass ich den halt ja nicht kriege ja mir wär auch ne ward aufm barren ganz lieb ist er noch wo das ist? na da hin oh bravo ich weiß doch nicht warum er da ins und die Wunde geht der ist ja ne drachen ähm glaub ich nicht ist er ne q? ja aber ich traf'n nicht da mach ich dran dammit deswegen mag ich sowas eigentlich nie es lohnt sich in den seltensten fällen irgendwie ja wenn man nicht trifft sowieso nicht das ist so dass wir zurückkommen können so lange wir den hewitort schon mal halten das ist alles gut oh wow hast du nicht so ne ulti gesehen ich dachte einfach ich laufe weiterhin nur ich bin aber nicht mehr gelaufen gleich gecheckt dass er da ist ok wenn wir das sollten wir gehen ja 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 ach wir können noch gerade holen alter der im zweiten fahrer zu bekommen ist natürlich etwas suboptimal ja das hätten halt auch drei cloud trains sein können ne er hat einfach noch keine zeit ok ich bin nur ripf was? was? das ist echt noch was war das denn für ein limit? ich bin halt 0,1 sekunde gestorben bevor die ulti durchgegangen ist oder hat der achso er hat inzwischen einen text rinker ok dann ist er vielleicht da reingeproppt oh ich bin das stimmt weißt du ich dachte schon ok wir sind schlecht weil die uns geschafft haben also der set 1 gegen 2 aber da geht auch locker 1 gegen 3 rein und das was hat zu tun oh mann ey ich heisse Supports, die können so ein Sets zu bauen das ist eben die ja ich auch Oh, das ist nicht kompakt, wirklich. What? jetzt wird es hart nein wir gewinnen jetzt noch lief eigentlich solltest du irgendwann in der lage sein dass man zu gewinnen aber noch nicht jederzeit ist level 14 er hat erst zwei items der set ist fast fuhrwürz okay okay spann dich so nah entspann dich. Ich hasse es eigentlich, so ein Aufflux zu bauen. Kannst du dann? Was? Was denn? Ah ja, ok. GG, wer blät. Der hat noch nichts aus. Was ist das? Na ja, was geht für den Ball? Wie? Das verliert der... Warte, der verliert ja nicht. Moment, doch, der auch verliert er. Warte, was? Moment. Und jetzt stimmt er gegen die Soda. Predictions! Ja, ich dachte echt, dass Iria ja so trittet. Bin ich auch geschützt. Interessant. Na gut, aber sie kommen... Alter, es ist ein dritter Inferno. Wer macht Zett jetzt wahrscheinlich gerade Solo. Oh Gott. Kriegt man einmal nicht die ganzen Tags. Ach, immer noch mal länger rechts sind. Das ist schon mal ein Anfang. Ey, unser Alice gewinnt inzwischen das Battle gegen den Support. Aber knapp, ey. Hast du das gesehen? Ne, hab ich nicht. Ich guck grad, dass ich mal den Dragon wurde. Okay, okay, okay. Oh, oh, oh. Nein! Still, remain. Ich dachte, da wär noch mal rein. Bist. Ja, aber ich werde gejagt. Danke auch. Freude. Nicht heute das. Na ja, so. Ich hab ihn ein halbes Leben abgezogen. Der Rest ist deins. Oh, was? Oh, move? Na ja, ich hab in 5 Sekunden wiederholt. Okay, ist nicht schlecht. Nice try. Okay, ist weg. Was ist das für ein Schild? Hast du das Schild auf Vein gesehen? Was war das? Ach, das war Solari. Ah, okay. Das Problem ist halt, dass er jetzt den Bot-Intimator bekommt. Was? Alter, die Sonne hat mir 1.764 Schaden in 2,3 Sekunden gemacht. Also gut, ich hab auch keine Magie-Assistenz, geb ich zu. Oh, wow. Ich mein, da hab ich echt nicht gerechnet. Ich hätte ja sonst Jonas gedrückt oder so'n Kram. Gut. Dann würde ich sagen, nach diesem Spiel Endstand von 4 Spielen 3 gewonnen und 1 gestompt worden. Ah! Hat sie über... Ja... Gut. 6-12 Top-Lane, 6-11 ADC... Und dann 23-7 Sets. Ich sollte echt nicht Elite decken. Also... Ja, ich hab auch ein-zwei-mal gegen... Also am Anfang der Sets-Schaden war echt krass, um ehrlich zu sein. Hab ich nicht mitgerechnet, dass das reicht. Beim ersten Kill. Gut. Aber... Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Bis zum nächsten Mal atro. Und wir gehen, bei der Lange Plan in der Videok sesi.